Wenn du deinen Schlaf verbesserst, dann verbesserst du auch dein Leben. In diesem Video möchte ich auf meine ehrlichen Erfahrungen zu diesem kleinen Schlaftracker geben, dem ORA-Ring. Aus meiner Sicht der wohl beste Schlaftracker, den es momentan auf dem Markt gibt. Es wird in diesem Video nicht um die Hardware gehen, dafür bin ich einfach nicht geeignet, da gibt es bessere YouTuber. Aber ich möchte dir einfach meine Erfahrungen zeigen, warum ich mir den ORA-Ring gekauft habe und warum vielleicht auch du den ORA-Ring kaufen solltest. Kommen wir zum ersten Thema, ganz objektiv, dem Tragekomfort. Der ORA-Ring wird als Ring getragen, er ist sehr, sehr leicht. Du bekommst, wenn du ihn bestellst, erstmal ein Sizing-Kit, also quasi zwölf ORA-Ringe in unterschiedlichen Größen. Du kannst diese dann anprobieren und das ist dann beispielsweise komplett kostenlos. Das hat bei mir ungefähr vier Tage gedauert, bis das Kit bei mir war. Ich habe dann jede Ringform ausprobiert und habe so meine beste Ringform gefunden. Ich hatte das Roop-Band beispielsweise, hatte auch schon mal einmal eine Apple Watch und mir haben diese Tracker leider nicht getaugt. Der erste Grund war der Tragekomfort. Beim Roop-Band beispielsweise, das ist mir immer runtergerutscht, war also nicht so angenehm zu tragen. Auch beim Schlafen würde mich so ein Band sehr stören. Ich habe beispielsweise jetzt hier so eine Casio-Uhr, die nehme ich auch fürs Schlafen ab, weil mich das einfach stört. Aber der ORA-Ring, gerade beim Schlafen, ist sehr, sehr angenehm. Ich merke ihn gar nicht. Er muss eigentlich nur alle fünf Tage aufgeladen werden. Hier habe ich mir als Gewohnheit gemacht, beispielsweise, dass ich ihn beim Sport abnehme, ihn dann lade und dann ist er auch schon wieder komplett voll aufgeladen. Also es dauert ungefähr eine Stunde, dann ist der ORA-Ring komplett aufgeladen, weil ich muss direkt am Anfang klarstellen, für den Sport, gerade Krafttraining, eignet sich der ORA-Ring nicht, diesen zu tracken. Der Grund ist einfach, wenn man hier zum Beispiel eine Stange umgreift, dann schnürt der ORA-Ring schon ziemlich ab. Deswegen nehme ich ihn für den Sport ab. Aber beispielsweise, wenn ich Badminton spiele oder Joggen gehe, dann habe ich den ORA-Ring trotzdem an. Also als Fazit kann ich sagen, wenn du nicht wirklich ein Uhrenträger bist, wenn dich das irgendwann stört, du willst zum Beispiel nicht jedes Mal deine Apple Watch laden, wenn man die wirklich oft benutzt, dann muss man die ja wirklich sogar täglich laden. Den ORA-Ring, der heilt fünf bis sieben Tage, ist also sehr, sehr angenehm. Ich halte ihn dann einfach die ganze Zeit an und wie gesagt, beim Krafttraining nehme ich ihn dann mal für eine Stunde ab. Aber beim Schlafen bleibt er auch dran. Die Ladestation für den Ring ist natürlich auch angepasst. Hier gibt es zehn oder zwölf unterschiedliche Ladestationen. Das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil, weil du dann beispielsweise nicht die Ladestation von einem Freund benutzen kannst. Aber wie gesagt, eigentlich benutze ich immer meine eigene. So, warum habe ich mir überhaupt den ORA-Ring gekauft? Ich wollte einfach einmal professionell meinen Schlaf analysieren. Wenn du schon meinen Kanal vielleicht verfolgst, dann weißt du, dass ich eigentlich immer um 5 Uhr aufstehe. Ja, ich finde die Vorteile vom Frühaufstehen einfach enorm gut. Aber früher habe ich beispielsweise immer, bin ich 22 Uhr ins Bett gegangen und habe mir den Wecker auf 5 Uhr gestellt. Ich habe den ORA-Ring vor ein paar Monaten das erste Mal benutzt und habe dann einfach festgestellt, dass ich 22 Uhr im Bett lag. Aber natürlich schläfst du nicht direkt ein. Dadurch konnte ich erkennen, dass ich durchschnittlich 6 bis 6,5 Stunden schlafe. Und Studien haben beispielsweise herausgefunden, dass wenn du unter 7 Stunden schläfst, dass wirklich krasse gesundheitliche Probleme langfristig für deinen Körper und für dein Leben bringen kann. Also hier hat mir beispielsweise der ORA-Ring schon sehr geholfen, dass ich einmal wirklich genau sehen konnte, wie lang ich eigentlich schlafe und wie erholend mein Schlaf ist. Ja, es ist ein tolles Tool dafür, deinen Schlaf super zu analysieren, Gewohnheiten aufzubauen, wo du einfach wirklich sehen kannst, wie sie deinen Schlaf beeinflussen können. Ein einfaches Beispiel ist, dass ich, wenn ich Alkohol trinke, einen schlechten Schlaf bekomme. Viele sagen beispielsweise, wenn sie Alkohol trinken, besser schlafen zu können. Klar, vielleicht ist die Einschlafphase besser, weil die Gedanken aus sind. Aber dein Schlaf für den Körper, der ist nicht so erholsam wie ohne. Oder ein zweiter Punkt ist, ich sollte nicht viel essen vor dem Schlafen. Gerade fettige Mahlzeiten bringen mich auch um den Schlaf. Das sind einfach Einsichten gewesen, die einfach mir gezeigt haben, dass der ORA-Ring definitiv sein Geld wert ist. Weil es wurde beispielsweise auch schon getestet, der ORA-Ring mit einem medizinischen Produkt. Also da wurde ein Patient komplett verkabelt. Ich packe dir dieses Video auch unbedingt mal in die Infobox. Es wurde geschaut, wie der ORA-Ring mit dem medizinischen Produkt abschnitt. Und der ORA-Ring war gerade in der Tief- und Leichtschlafphase 85% so genau wie das professionelle Gerät. Und du musst dir einfach mal vorstellen, dieser kleine Ring war zu 85% so genau wie das medizinische, professionelle Produkt, wo du eigentlich sonst nie rankommen würdest. Jetzt konnte ich so meinen Schlaf umstellen. Ich packe dir meinen Screenshot von der ORA-Ring-App in das Video rein und konnte meinen Schlaf umstellen, dass ich jetzt ungefähr 7 bis 7,5 Stunden wirklichen richtigen Schlaf bekomme. Und wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, konnte ich meine Schlafgewohnheiten so verändern, dass mein Schlaf sehr, sehr erholt ist. Und du bekommst täglich immer eine Tagesform zu sehen. Also hier wird dann die Aktivität vom Vortag angeschaut und den Schlaf, den du bekommen hast. Und dann wird dir einfach gesagt, wie fit du bist. Also wenn du beispielsweise einen Wert von 60 hast, dann sagt dir auch die ORA-Ring-App, fahr mal einen Gang runter. Du musst vielleicht heute nicht unbedingt zum Sport gehen oder das härteste Training absolvieren. Aber wenn du beispielsweise einen Wert von 90 hast, dann weißt du, heute kannst du mal richtig, richtig Gas geben. Eine wichtige Sache, die ich unbedingt ansprechen möchte, der ORA-Ring ist aus meiner Sicht wirklich eine geniale Erfindung. Aber es gibt beispielsweise auch einen Fachbegriff, der nennt sich Otto-Somnie. Das ist einfach gesagt, die Jagd nach dem perfekten Schlaf. Und durch diese Jagd nach dem perfekten Schlaf erhältst du den schlechtmöglichsten Schlaf. Wenn du also Angstzustände entwickeln solltest durch diese ganzen Zahlen, dann hol dir diesen Ring definitiv nicht. Du musst auf jeden Fall ein gesundes Verständnis entwickeln, wie du diesen ORA-Ring gewinnbringend in dein Leben integrieren kannst. Wenn du die Daten also wirklich gewinnbringend verwenden kannst, um deinen Lifestyle zu verbessern, dann ist der ORA-Ring eine fantastische Funktion, an die du sonst nie rankommen könntest. Weil beispielsweise, du möchtest eine Gewohnheit aufbauen, aber du weißt nie wirklich, wie sie deinen Schlaf verändert. Wieder das Beispiel mit dem Alkohol. Wenn du einen Drink nimmst, dann zeigt dir die ORA-Ring am nächsten Tag an, hey, dein Schlaf war nicht so erholend wie vor zwei, drei Tagen, als du nichts getrunken hast. Wenn du diesen ORA-Ring jetzt beispielsweise nicht hättest und dir einfach nur denken würdest, oh, hab ein bisschen Kopfschmerzen, aber das vergisst du wieder. Aber wenn dir ORA-Ring jedes Mal sagt, dein Schlaf war nicht erholsam, du tust etwas Schlechtes für deinen Körper, dann wirst du vielleicht nächstes Mal dir überlegen, muss der Drink jetzt am Abend sein. Wie gesagt, ich möchte dich nicht verurteilen, dass du Alkohol trinkst, aber ich möchte dir einfach nur damit sagen, dass du so wirklich sehr, sehr effektiv deine Gewohnheiten verändern kannst. Also was sind für mich die Vorteile des ORA-Rings? Einmal der sehr, sehr gute Tragekomfort. Ich habe gar keine Probleme, den ORA-Ring einfach mal sieben Tage am Stück zu tragen. Er fällt mir gar nicht auf und ich finde, er sieht auch sehr, sehr schön aus. Die Basisvariante, also in dieser Form, in dem schwarzen Design, das ist leicht schimmernd, kostet 314 Euro. Dazu kommt auch nochmal eine Mitgliedsgebühr von 5 Euro monatlich, damit du die App vollkommen benutzen kannst. Du wirst diese App auch brauchen, um die Daten wirklich auch gut verwenden zu können. Den Link in der Beschreibung, den findest du dort, kannst du den ersten Monat des ORA-Rings, also die Mitgliedschaft sparen. Bedeutet, du zahlst für den ersten Monat keine 5 Euro, was ich auch sehr gut finde. Du hast für den ORA-Ring auch eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst diesen also 30 Tage lang komplett kostenlos testen, einfach schauen, wie funktioniert das. Wo benutzt du diesen ORA-Ring auch wirklich? Magst du den Tragekomfort? Kannst du mit den Daten etwas anfangen? Also würde ich wirklich jedem empfehlen, der sich wirklich für diesen ORA-Ring interessiert, dem einfach mal einen Test zu geben und 30 Tage diesen zu testen. Auch die App ist wirklich fantastisch. Die App zeigt einem sehr, sehr einfach mit diesen Werten, wie deine Tagesform ist, wie gut dein Schlaf war, Aktivitätsziele. Beispielsweise gibt die ORA-App dir auch ein Aktivitätsziel und wenn deine Tagesform nicht ganz so gut ist, dann schraubt sie dieses Aktivitätsziel auch automatisch ein wenig runter. Was ich auch sehr, sehr an diesem ORA-Ring mag, ist, dass es nicht wie eine Apple Watch dir jedes Mal Aktivitäten anzeigt, vibriert, du etwas auf dem Bildschirm siehst. Der ORA-Ring ist sehr analog, also hier zeigt er dir gar nichts an. Erst wenn du in die App gehst, kannst du die Daten wirklich gewinnbringend benutzen. Ich brauche es nicht unbedingt, dass ich jedes Mal eine SMS sehe, jedes Mal aktiv bin. Das brauche ich gar nicht. Ich gucke meistens auch alle zwei Tage einfach mal in die ORA-Ring-App rein und kann mich dadurch wirklich gewinnbringend verbessern. Auch finde ich die Krankheitserkennung sehr, sehr gut von der ORA-Ring-App. Also wenn der ORA-Ring erkennt, dass zum Beispiel deine Herzfrequenz höher ist als normal oder deine Körpertemperatur erhöht ist, dann zeigt sie dir dieses auch an und du kannst dann beispielsweise tatsächlich Krankheiten schon früher kennen. So kannst du beispielsweise, wenn dir die ORA-Ring-App zeigt, hey, hier ist vielleicht etwas im... Wenn die ORA-Ring-App dir beispielsweise anzeigt, hey, pass mal auf, schraub mal einen Gang runter, dann kannst du beispielsweise auch mal einen Workout skippen, wirst vielleicht am nächsten Tag erkältet, aber dadurch, dass du deinen Körper schon an dem Tag Ruhe gegeben hast, hast du schon einen immensen Vorteil. Kann ich den ORA-Ring empfehlen, definitiv. Wenn du das Geld hast und auch Geld in deine Gesundheit investieren möchtest, in deinen Schlaf, der wirklich so, so wichtig ist, dann wird sich der ORA-Ring definitiv für dich lohnen. Wenn du das Geld aber nicht hast, dann würde ich sagen, gibt es bessere Dinge, in die du vielleicht investieren solltest. Du kannst dir auch keine Wunder erwarten, wenn du dir den ORA-Ring kaufst und nichts tust und weiterhin nur fünf Stunden am Tag schläfst, dann kannst du auch nicht mit dem ORA-Ring erwarten, dass dein Leben sich komplett verbessern wird. Es ist wie gesagt ein Tracker, der dein Leben in gewisser Maßen einfach strukturiert. Du einfach mit den Daten schauen kannst, was für Aktivitäten in deinem Leben positive Auswirkungen bringen. Und das ist dann am Ende das, was der ORA-Ring dir bringt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem ORA-Ring. Ich werde dir nicht abgeben. Folg dem Kanal gerne, wenn du dich weiter mit diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, der Gesundheit, des Frühaufstehens auseinandersetzen möchtest. Ich danke dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, dein Jan.